Grundstück! Krass! Mega-Shot, Mega-Shot, Mega-Shot! Okay, drei verschiedene Varianten. Geht um das Druck? Na, drehe doch mal um, ich zeig's dir. Ach so, ja, gut. Was haben wir da? 4 Sekunden Brennendrohr, krass! Oh nein! Plus Minus! Könnte auch Minus 4 Sekunden sein. NEM 144 Gramm? What the fuck! Na gut! Also es gibt auf jeden Fall drei Effekte. Wir haben hier Silber-Rot, Brokat-Grün und das ist nur Brokat-Gold. Wollen wir einen Hup packen? Ja, natürlich. Das ist ja sehr groß. Ja, 50 Millimeter, mein Freund. 50 Millimeter, das hatte ich schon lange nicht mehr in der Hand. Sie zu ihm? Sie zu ihm! Sie zu ihm! Der kommt! Oh, schön! Ein langstehendes Volk, ne? Der Feuertopf war fantastisch. Ich hab nicht viel mitbegriffen. Der ist rot oder? Der soll am besten sein, deswegen machen wir ruhig mal den hier. Nein! Aus der Verpackung nicht. Nein! Achso, rausnehmen, ja. Aufrucht. Ja, 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 ja. Silber-Rot. Boah, hübsch! Ja! Ja, Blütenständer, ja? Sehr schön! Blau-Rot, blau-Rose an der Feuertopf. Schon fast ins Lieder rein. Ja? Aber hat er auch ein Silber-Bouquet gehabt? Nö. Nö. Oben halt ja Blüten-Effekt noch. Ja, gut. So, und der letzte? Grün-Rot. Na, eigentlich Brokat mit Grün. Da war die Lagermaus schon dran, oder? Nein, da haben wir mal reingeguckt. Wir wollten gucken, wie groß die Bombette ist. Na gut. Ja, der war am schönsten. Ja, der war schön. Traum. Ja, die Mega-Shots von Bröckhoff. Ich weiß gar nicht, ob sie es gegeben genannt hatten. Nee, hatten wir mit. Aus den Talente. Schön! Nehmen wir.